Sterling Price, auch Old PAP genannt, war ein US-amerikanischer Politiker, Brigadegeneral des US-Heeres und Generalmajor des Konföderierten Heeres während des amerikanischen Bürgerkrieges. Price ist vor allem durch seine bemerkenswerten militärischen Unternehmungen mit dem Ziel, Missouri für die Konföderation zu gewinnen, in Erinnerung geblieben. Bei Kriegsende wich er einer Kapitulation vor dem Union schier aus und trat mit dem Rest seiner Einheiten auf mexikanisches Territorium über. Frühe Biografie Am renommierten Humpton Sydney College in Virginia studierte Price die Rechte. Bis er seine juristische Zulassung erhielt, arbeitete er als Gerichtsdiener und Gehilfe am Gericht seines Heimatortes im Prince Edward County. 1831 siedelte er mit seiner Familie nach Missouri über, wo er nach mehreren Ortswechseln ein Hotel und eine Warenhandlung betrieb. 1833 ehrlichte er die ebenfalls in Missouri ansässige Martha Head. Aus der Ehe gingen sieben Kinder hervor, von denen aber nur fünf bis zum Erwachsenenalter überlebten. Price wurde 1840 für vier Jahre in das Repräsentantenhaus von Missouri gewählt, zu dessen Sprecher er aufstieg. Schließlich zog er im März 1845 für die Demokratische Partei in den 29. Kongress der Vereinigten Staaten in Washington D.C. ein. Im August 1846 gab er sein Mandat jedoch wieder auf, um am mexikanisch-amerikanischen Krieg teilzunehmen. Mexikanisch-amerikanischer Krieg Zurück in Missouri war Price an der Aufstellung des zweiten berittenen Missouri-freiwilligen Regiments beteiligt. Die Bezeichnung Kavallerie war in den USA noch nicht gebräuchlich. Am 12. August 1846 wurde er zu dessen Kommandeur im Rang eines Kolonnels ernannt, obgleich er nie eine militärische Ausbildung durchlaufen hatte. Zunächst führte er sein Regiment nach Santa Fe. Dort übernahm er als Nachfolger des nach Kalifornien abkommandierten Generals Steffen W. Kearney das Kommando des Militärbefehlshabers des New Mexico Territoriums, das ungefähr schon die Ausdehnung des späteren Bundesstaates New Mexico hatte. Seinen ersten größeren militärischen Erfolg konnte Price mit der Niederschlagung der sogenannten Santaos-Revolte am Oberlauf des Rio Grande erzielen, bei der angehörige lokaler Indianerstämme und eingesessene mexikanische Siedler gemeinsam gegen die neue Oberhoheit der Vereinigten Staaten aufbegehrt hatten. Bald darauf wurde Price vom US-Präsidenten James K. Polk am 20. Juli 1847 zum Brigadegeneral der Freiwilligen befördert. In der Schlacht von Santa CRUZ de Rosales Chihuahua am 16. März 1848 befehligte Price dann erstmals eine sogenannte Armee des Westens. Diese Schlacht war die letzte des mexikanisch-amerikanischen Krieges und fand statt, nachdem der US-Kongress am 10. März den Vertrag von Guadalupe Hidalgo, der den Krieg beenden sollte, bereits ratifiziert hatte. Es wird gemeinhin davon ausgegangen, dass Price auf unzutreffende Berichte hin, nach denen mexikanische Kräfte die Demarkationslinie erneut überschritten hätten, seine Truppen angreifen ließ, zwischen den Kriegen. Im November 1848 wurde Price ehrenvoll in das Zivilleben entlassen. Er kehrte sogleich nach Missouri zurück, wo er eine Farm erwarb und sich für die landwirtschaftliche Urbarmachung der Prärie einsetzte. Er unterhielt unter anderem eine Tabakplantage und war, wie viele Plantagenbesitzer der Zeit, Sklavenbesitzer. Seine ungebrochene Popularität brachte ihm das Amt des Gouverneurs von Missouri ein, das er von 1853 bis 1857 bekleidete. In dieser Funktion trieb er besonders den Ausbau des Eisenbahnnetzes in Missouri voran. Nach dem Ablauf seiner Amtszeit führte er von 1857 bis 1861 die Geschäfte der Staatsbank von Missouri. Schließlich wurde Price zum Vorsitzenden Delegierten der Versammlung des Bundesstaates Missouri gewählt. Die am 28. Februar 1861 gegen die Sezession stimmte amerikanischer Bürgerkrieg. Als sich in Missouri trotz des gegen die Sezession ausgefallenen Votums einige Tendenzen zur Seite der konfederierten Staaten abzeichneten, fühlte sich Price zunächst weiter dem gültigen Abstimmungsergebnis verpflichtet. Wie viele Bürger Missouris hoffte wohl auch er darauf, den Staat aus kriegerischen Auseinandersetzungen heraushalten zu können und eine Art von Neutralität zu erreichen. Die Lage änderte sich aber als Kommandoeinheiten unter dem Befehl der späteren Brigadegenerele Francis Preston Blair und Nathaniel Lyon mit der heimlichen Vereinnahmung des strategisch wichtigen St. Louis für die Union begannen. Schließlich wurde auch der Stützpunkt der Missouri-Miliz von Camp Jackson bei St. Louis von regulären Unionstruppen besetzt. Price reagierte empört und sah die Souveränität Missouris missachtet. Er beschloss, sich nun doch gegen die Union zu stellen. Im Mai 1861 wurde er von Gouverneur Clybourne Fox Jackson mit dem Kommando über die neu aufgestellte Missouri State Guard betraut. Seine meist recht jungen Rekruten, die ihm den liebevoll gemeinten Beinamen Old-PAP gaben, führte er nun in einen langen Kampf, mit dem vorrangigen Ziel, Missouri für die Konföderation zu sichern. Bald darauf wurde Price im Heer der konfederierten Staaten mit dem Rang eines Generalmajors geführt und den von ihm befehligten Kräften der Missouri State Guard wurde die aus dem mexikanisch-amerikanischen Krieg übernommene Bezeichnung Armee des Westens gegeben. Unter den Schlachten und Gefechten, an denen er in führender operativer Position beteiligt war, sind folgende. Schlacht am Wilsonskrieg, erste Schlacht von Lexington, Schlacht von Piritsch, zweite Schlacht um Korinth, Schlacht von Helena, zweite Schlacht von Lexington, Schlacht von Carthage, Schlacht von Prairie Dany, Schlacht von Pilotnob, Schlacht von Westport. Und die Schlacht am Minekrieg, Price war der Führung und der Sache des Südens gegenüber stets loyal. Das vorrangige Ziel seiner Operationen war allerdings wohl immer nur das Herausdrängen der Unionstruppen aus Missouri und die Kontrolle des Mississippi-Missouris, eine Entlastung der konfederierten Armee im Osten oder gar ein weiter Vorstoß im Rücken der Union. Wie es im Süden bisweilen erhofft wurde und nach wie vor manchmal angenommen wird, hätte Price mit seinen relativ kleinen und sukzessive schwächer werdenden Einheiten kaum leisten können. Die meisten seiner späteren Schlachten mussten unter den bekannten, für das gesamte konfederierte Herr charakteristischen ungünstigen Bedingungen, wie dem permanenten Mangel an Nachschub, Bewaffnung, Ausrüstung und Personal, ausgefochten werden und endeten in teils verheerenden Niederlagen. Eine der bekanntesten und taktisch bemerkenswertesten Operationen von Price war der sogenannte Missouri-Reed im Herbst 1864. Damit wurde noch einmal der Versuch unternommen, eine Entscheidung zugunsten der Konföderation im Kampfgebiet westlich des Mississippi zu erreichen. Price führte dabei seine immer noch größtenteils aus Angehörigen der früheren Missouri States Guard bestehende Missouri-Armee, Die etwa 12.000 Berittene umfasste von Arkansas aus in kurzer Zeit über fast 1.500 Meilen durch Missouri und Teile von Kansas hindurch. Die ersten großen Kampfhandlungen ereigneten sich erst bei Pilotnob am Endpunkt der St. Louis und M. Iron Mountain Railroad am 27. September. Dort scheiterte unter erheblichen Verlusten der Versuch, das Fort Davidson einzunehmen. Price bewegte sich nun nach Nordwesten. Am stark gesicherten St. Louis einem erklärten Ziel des Missouri-Reeds musste Price südwestlich vorbeidrehen. Auch die Einnahme von Jefferson City am Missouri gelang nicht. Daraufhin rückte er entlang des Missouri nach Westen auf Kansas City, Missouri am Zusammenfluss von Missouri und Kansas zu. Südöstlich von Kansas City wurde Price's Kolonne von zwei Kontingenten der Union gestellt. Die daraufhin folgende Schlacht von Westport am 23. Oktober verlief ungünstig für Price und er musste in die Prairie von Kansas ausweichen. Doch die Unionstruppen setzten nach und stellten ihn am Minekrieg am 25. Oktober erneut zum Kampf. Price konnte seine Absicht, die Schlacht zur Deckung eines wohlgeordneten Rückzugs zu nutzen, nicht umsetzen. Sein wiederum geschlagener Verband musste eine hastige Flucht nach Süden antreten. Noch am selben Tag zerschlug sich mit dem Gefecht am Marmiten seine Hoffnung, sich in Fort Scott, Kansas neu versorgen und sammeln zu können. Am 28. Oktober kam es nahe der Grenze zum Indianer Territorium noch einmal zu einer größeren Auseinandersetzung mit Unionseinheiten in der zweiten Schlacht von Nenaya auf dem Gebiet des heutigen Nenay County, wodurch Price endgültig aus Missouri herausgetrieben wurde. Von Kräften der Union weiterhin bedrängt, war er mit den Resten seiner Armee dann gezwungen, sich südwestlich bis nach Texas zurückzuziehen. Einige Wochen später gelang es Price immerhin, seine Männer wieder nach Arkansas zu führen. Schätzungen zufolge verlor er während des Missouri-Rates mehr als die Hälfte seines Personals, also mehr als 6000 Mann. Nach dem Krieg, nach der Beendigung der Kampfhandlungen, stellte sich Price mit den Resten seiner Armee entgegen den Vereinbarungen von Apomaturgs. Nicht den Unionstruppen, mit den bei ihm verbliebenen Männern trat er unter Waffen auf mexikanisches Gebiet über. Dort bemühte er sich vergeblich darum, in den Sold von Kaiser Maximilian eintreten zu können. Das mag zum einen an dem nur noch geringen Kampfwert seiner ausgemergelten Truppe gelegen haben. Andererseits begegnete man Price wegen seiner früheren Beteiligung am mexikanisch-amerikanischen Krieg noch mit Misstrauen. Price war noch eine Zeit lang einer der Vorsitzenden der konföderierten Exilkolonie in Carlota, Veracruz. Als aber diese Kolonie recht bald wieder zerfiel, kehrte er schließlich nach Missouri zurück. Zwar musste Price dort keine Repressalien fürchten. Aber er hatte praktisch sein gesamtes Vermögen durch die Kriegseinwirkungen verloren und seine Gesundheit verschlechterte sich zusehends. Wenige Tage nach seinem 58. Geburtstag starb Stirling Old-PAP-Preis im September 1867 in St. Louis. Seine letzte Ruhe fand er auf dem lokalen Bälle von Tinfriedhof. Erinnerung und Trivia Bereits zu seinen Lebzeiten wurden Price verschiedene Ehrungen zuteil. Zum Beispiel wurde zu Beginn des Sezessionskrieges der Raddampfer Lauron Milaudon auf den Namen CSS-General Stirling Price umgetauft. Das in der Schlacht von Memphis schwer beschädigte und gesunkene Schiff wurde von der Union gehoben und in Stand gesetzt. Fortan wurde es bemerkenswerterweise als USS-General-Preis und nach Kriegsende dann als General-Stirling-Preis weiterverwendet. In der kollektiven Erinnerung des Südens hat Old-PAP-Preis als Leh des Westens einen festen Platz. Standbilder von Price befinden sich in Springfield und in Kiteswil, wo ebenfalls ein städtischer Park nach ihm benannt ist und sogar ein Stirling-Preis-Museum existiert. Ein Stadtteil von Kiteswil begeht jährlich die Stirling-Preis-Dees mit Paraden und Festivals. In St. Louis trägt ein Veteranen-Camp, das Nachfahren von konfederierten Bürger-Kriegs-Veteranen betreiben. Preisnamen Amerikanische Komponisten ehrten Price mit Marschmusik. M. V. Washington komponierte General-Stirling-Preis-Grandmach, Felix Schramm den Stirling-Preis-Grandmach. In den beiden Hollywood-Streifen der Marsche und mit Dynamit und frommen Sprüchen, in denen John Wayne die Rolle eines US-Maßheits spielt, heißt eine Katze General-Stirling-Preis.